Im dritten Teil der Videoreihe zur deutschen Geschichte zwischen 1945 und 1949 wollen wir uns einmal mit der Demokratisierung in den vier Besatzungszonen auseinandersetzen. Die Demokratisierung gehört nämlich zu den sogenannten 5D, die auf der Potsdamer Konferenz beschlossen worden sind. Und damit war es also ein Anliegen der einzelnen Besatzungsmächte, dass aus diesem Gebiet des ehemaligen Deutschen Reiches irgendwie ein demokratischer Staat entstehen sollte. Auch wenn man zu diesem Zeitpunkt, 1945, noch nicht wirklich konkrete Planungen hatte, wie denn ein neues Land aussehen könnte, man war sich 1945 auch noch nicht einmal einig darüber, ob überhaupt ein neues Deutschland entstehen sollte oder ob verschiedene Teilstaaten entstehen sollten. Wie dem auch sei, war aber die Demokratisierung etwas, das die Siegermächte durchsetzen wollten und durchführen wollten. Und so kommt es schon bald nach Kriegsende zur Gründung der ersten Parteien. Und wir wollen uns in diesem Video einmal anschauen, welche Parteien das waren. Wann sie gegründet worden sind. Und dann will ich im zweiten Teil des Videos auch kurz auf die Entstehung der Länder zu sprechen kommen. Und damit meine ich nicht Staaten wie die Bundesrepublik Deutschland oder die DDR, sondern ich meine mit Ländern das, was heutzutage die Bundesländer sind. Die entstehen nämlich schon in dieser Zeit zwischen 1945 und 1946, beziehungsweise 1947. Das alles wollen wir also in diesem Video abhandeln und so steigen wir am besten einmal ein und schauen uns zunächst einmal an, welche Parteien überhaupt im Westen und im Osten entstanden sind. Und zwar kann man eigentlich ganz gut unterscheiden zwischen den drei Westzonen. Da gibt es im Grunde eine Entwicklung hin zur Entstehung von Parteien und dann hat man die sowjetische Besatzungszone in gewisser Weise als Sonderfall. Und aus der sowjetischen Besatzungszone ist ja dann auch 1949 die DDR entstanden und somit war auch die Entwicklung schon vorher eine andere als in den Westzonen. Und das werde ich euch auch gleich darstellen, wie in der sowjetischen Besatzungszone das Verhältnis der Parteien zueinander war. Zunächst kurz zum Begriff der Westzonen, nur kurz, damit alle hier den Begriff auch richtig verstehen. Unter Westzonen meine ich die amerikanische Besatzungszone, die britische Besatzungszone und die französische Besatzungszone. Die drei kann man im Grunde gemeinsam betrachten und die SBZ, das ist die sowjetische Besatzungszone, die sollte man sich getrennt anschauen. Ich beginne zunächst einmal mit der sowjetischen Besatzungszone, denn dort entstehen die ersten Parteien nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa. Und zwar ist es so, dass es am 10. Juni 1945 den sogenannten Befehl Nummer 2 der SMAD gibt. Die SMAD ist die sowjetische Militäradministration für Deutschland, abgekürzt SMAD. Und in diesem Befehl Nummer 2 wird beschrieben, oder beziehungsweise beschlossen, dass die Gründung und Wiedergründung antifaschistischer Parteien unter Kontrolle der SMAD erlaubt werde. Dieser 10. Juni 1945 ist gar nicht mal so weit entfernt von der bedingungslosen deutschen Kapitulation am Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa, denn die bedingungslose Kapitulation wurde am 8. Mai 1945 von den Deutschen erklärt. Beziehungsweise zum 8.05.1945 trat dann die bedingungslose Kapitulation in Kraft. Also gerade einmal etwas mehr als einen Monat nach dieser bedingungslosen Kapitulation des Deutschen Reiches gibt es jetzt diesen Befehl Nummer 2 in der sowjetischen Besatzungszone, dass also demokratische Parteien, beziehungsweise antifaschistische Parteien gekündet werden dürfen. Anders ist das in den Westzonen. Da ist man ein bisschen bedeckter, beziehungsweise vorsichtiger oder zumindest langsamer, was das Zulassen von Parteien betrifft. Man ist nämlich nicht so schnell wie die sowjetische Besatzungszone und erst ab dem September 1945 entstehen erste Parteien in den Westzonen. Da ist es also noch nicht so, dass es im Grunde kurz nach Kriegsende schon wieder zu Erlaubnis kommt, dass Parteien gegründet werden dürfen. Deswegen fangen wir auch zunächst einmal an, uns die Entwicklung in der sowjetischen Besatzungszone genauer anzuschauen. Einen Tag nach diesem Befehl Nummer 2 ist es so, dass man im Grunde sagen kann, dass sich die Kommunistische Partei Deutschlands, die KPD, in der sowjetischen Besatzungszone gründet und organisiert. Die Kommunistische Partei Deutschlands wurde schon im Vorfeld von der Sowjetunion gefördert. Es war so, dass im Grunde das Parteiprogramm und wichtige Männer der KPD in der Sowjetunion waren und dort im Grunde schon etwas ausgearbeitet haben, das jetzt mit dieser Erlaubnis zur Parteigründung in Kraft gesetzt wird. Am 11. Juni 1945 ist es also so, dass die KPD in der sowjetischen Besatzungszone aktiv in Erscheinung tritt und sie ruft auf dazu, dass die demokratischen Kräfte alle zusammenarbeiten sollten. Das war ein Plan, den die KPD hatte und ich werde gleich nochmal darauf eingehen, was da in der sowjetischen Besatzungszone dann passiert ist. Zunächst schauen wir uns an, welche Parteien denn noch in der SPZ entstanden sind. Die bedeutend sind, es gab im Grunde vier Parteien, die sich zunächst einmal gebildet haben. Als nächstes ist es nämlich die SPD. Die gründet sich am 15. Juni 1945 und dort wird ein Zentralausschuss in Berlin gebildet und der Vorsitzende dieses Zentralausschusses ist Otto Grotowohl, der dann auch am Beginn der DDR eine wichtige Rolle spielen sollte. Die SPD in der sowjetischen Besatzungszone wurde dann allerdings von der SPD in den Westzonen nicht anerkannt. Also Kurt Schumacher, der ja dann der Vorsitzende der SPD in den Westzonen ist, der steht diesem Zentralausschuss in Berlin kritisch gegenüber und erkennt ihn nicht an. Und die SPD insgesamt im Westen erkennt diese SPD im Osten nicht an. Die dritte Partei, die in der sowjetischen Besatzungszone entsteht, ist dann die CDU, also die Christlich Demokratische Union. Diese gründet sich am 26. Juni 1945 und kurz darauf, Anfang Juli, entsteht auch eine liberale Partei und die heißt Liberal Demokratische Partei oder abgekürzt LDP. Wie erwähnt, ruft die KPD also dazu auf, dass diese demokratischen Kräfte zusammenarbeiten sollten. Auch die SPD spricht sich dafür aus und in der sowjetischen Besatzungszone ist es dann relativ bald so, dass sich diese Parteien hier zu einem Block zusammenschließen. Das ist dann der demokratische Block und diese Parteien sollen dann also zusammenarbeiten. Nun ist es in der sowjetischen Besatzungszone so, wie ich eben gesagt habe, dass die KPD von der sowjetischen Führung stark bevorzugt worden ist. Das ist ja auch in gewisser Weise klar. Die Sowjetunion hatte ein Interesse daran, die kommunistische Partei in der sowjetischen Besatzungszone stark zu machen und demzufolge wurde sie auch sehr stark bevorzugt und gefördert. Allerdings ist es nicht so, dass die Beliebtheit der KPD im Laufe des Jahres 1945 steigt. Im Gegenteil, es scheint sogar so, dass die KPD sich doch immer mehr isoliert und deshalb besteht auch die Gefahr, dass die KPD möglicherweise in der sowjetischen Besatzungszone gar nicht die starke Rolle spielt, die sich die Sowjetunion wünscht. Und dann kommt auch noch hinzu, dass am 25. November 1945 die Nationalratswahl, die erste in Österreich stattfindet. Das heißt, dort wurde das Parlament für Gesamtösterreich gewählt und da kam die KPÖ, also die Kommunistische Partei Österreichs, gerade einmal auf 5,42% und vier Sitze. Und es gibt insgesamt 165 Sitze im Nationalrat 1945. Das heißt, die KPÖ hat eine richtige Watschen erfahren dort in Österreich. Und um das zu verhindern in der sowjetischen Besatzungszone, ist es so, dass die KPD jetzt darauf drängt, sich mit der SPD zusammen zu vereinigen. Also das heißt, dass eine gemeinsame Partei der Arbeiterbewegung entstehen soll. Interessant ist, dass die KPD im Juni 1945 ein solches Angebot der SPD abgelehnt hat. Die SPD hatte durchaus Überlegungen gehabt, mit der KPD zusammenzugehen, aber damals hatte die KPD das noch abgelehnt. Aber jetzt, wo es für die KPD durchaus kritischer geworden ist und eben auch aufgrund dieser Erfahrung in Österreich die Zustimmung ja gar nicht so hoch ist, da hat die KPD ein großes Interesse, sich mit der SPD zusammenzutun. Und so wird dann auch der Zusammenschluss tatsächlich durchgeführt. Und zwar wird am 20. und 21. Dezember 1945 die Zusammenlegung beschlossen. Das ist die sogenannte 60er-Konferenz, die stattgefunden hat. Die heißt deswegen so, weil jeweils 30 Vertreter der KPD und der SPD sich getroffen haben. Und es ist so, dass es einen durchaus großen Druck auf die SPD gegeben hat. Es wurden Führungspersönlichkeiten in der SPD im Osten bestochen. Und es wurden auch Täuschungen durchgeführt. Also die wahren Ziele der KPD wurden verschleiert. Und letztendlich ist es so, dass es zu einer Zwangsvereinigung dann am 21. April 1946 kommt. Und so entsteht dann die Sozialistische Einheitspartei für Deutschland, beziehungsweise Sozialistische Einheitspartei Deutschland, die SED. Und die ist ja dann die zentrale Partei in der DDR gewesen. Und der Vorsitzende der SED ist dann zum einen Otto Grotowohl und der andere Vorsitzende ist Wilhelm Pieck. Also da sieht man also Otto Grotowohl, der ja vorher die SPD im Osten angeführt hat. Der hat dann auch eine wichtige Rolle bei der SED. Soviel also mal zur sowjetischen Besatzungszone. Wie wir sehen können, entstehen zwar Parteien, die eigentlich demokratisch sind. Jetzt werden wir natürlich die KPD mal abziehen, die ja den Kommunismus als Ziel hat. Aber wir haben mit der SPD, mit einer liberalen Partei und mit der CDU eigentlich drei Parteien, die für die Demokratie stehen. Aber die sowjetische Besatzungsmacht, die kontrolliert die Parteien sehr stark. Und sie gestattet es zum Beispiel auch nicht, dass die Parteien wie die Liberalen oder die CDU aus diesem demokratischen Block austreten können. Denn dann würde ihnen einfach die Lizenz entzogen werden. Und es kommt ja dann auch bis 1949 dazu, dass zahlreiche Politiker auf Seiten der CDU und auf Seiten der Liberalen festgenommen werden. Da sie eben als, ja im Grunde, systemfeindlich anerkannt werden oder angesehen werden. Soviel also zur SBZ. Da entsteht ja dann 1949 die DDR. In den Westzonen ist die Entwicklung die folgende. Ich hatte ja gesagt, die Westalliierten haben es da nicht so eilig mit der Zulassung von neuen demokratischen Parteien. Aber auch im Laufe des Jahres 1945 gründen sich dann schon erste Parteien. Die erste Partei, die im Grunde in allen Westzonen agiert, ist die SPD. Zwischen dem 5. und 8. Dezember 1945 gibt es die sogenannte Wennigser-Konferenz. Das ist im Grunde die Gründungskonferenz der SPD im Westen. Und wie erwähnt, ist der Vorsitzende im Westen Kurt Schumacher. Und ich hatte es auch erwähnt, die SPD im Westen, die hat nicht so viel mit der SPD im Osten zu tun, weil sie diesen Zentralausschuss in Berlin nicht anerkennt. Wie sieht das jetzt bei den anderen Parteien aus? Gehen wir mal die Reihe durch. Was ist mit den Liberalen? Da muss man sagen, ist es zunächst einmal so, dass es einige liberale Parteien gibt. Also es gibt keine einheitliche liberale Partei für alle drei Westzonen. Das liegt aber auch in gewisser Weise daran, dass in den einzelnen Zonen zu unterschiedlichen Zeiten Parteien zugelassen werden. Im September 1945 gründet sich die Partei Freie Demokraten in Hamburg und die Demokratische Volkspartei im Südwesten der heutigen Bundesrepublik. Und in der Folgezeit entstehen dann, wie gesagt, noch weitere liberale Parteien unter verschiedenen Namen. Die erste Partei, die diese liberalen Parteien in den Westzonen im Grunde übernimmt und vereinigt, ist die Demokratische Partei Deutschlands, die DPD, die in Rotenburg ob der Taube am 17. März 1947 gegründet wird. Allerdings ist diese Partei nicht von Dauer. Und erst die Gründung der Freien Demokratischen Partei, die vom 11. bis 12. Dezember 1947 stattgefunden hat, ist dann eine Parteiengründung von Dauer. Und das ist die FDP, die es auch heute noch gibt. Deren Vorsitzender wird Theodor Heuss. Und der sollte ja dann 1949 der erste Bundespräsident für die Bundesrepublik Deutschland werden. Bei der CDU ist es im Grunde ein bisschen ähnlich wie bei der FDP, beziehungsweise wie bei den Liberalen. Es gibt nämlich zunächst einmal verschiedenste christdemokratische Verbände. Zum Beispiel im Rheinland und Westfalen gründen sich diese schon im September 1945. Aber es gibt dann verschiedene Landesverbände. Und diese müssen dann erst noch zusammenkommen und sich zusammenschließen. Und das geschieht dann am 22. Januar 1946. Und Konrad Adenauer, der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, ist dann der Vorsitzende der CDU. Und auch die CSU gründet sich in dieser Zeit. Da ist es schon so, dass es im September 1945 den Beschluss gibt, dass eine christlich-soziale Union gegründet werden solle. Und nach der formellen Gründung am 11. Oktober 1945 gibt es dann auch noch die gesamtbayerische Gründungsversammlung, die am 8. Januar 1946 stattgefunden hat. Und der Vorsitzende der CSU wird Josef Müller, beziehungsweise wurde Josef Müller. Damit haben wir uns jetzt die Entstehung der wichtigsten Parteien in den Westzonen und in der sowjetischen Besatzungszone angeschaut. Und jetzt ist es Zeit für ein paar Fotos, für ein paar Fotografien, damit ihr auch die Persönlichkeiten einmal gesehen habt, die jetzt die Parteien anführen. Wir haben links Kurt Schumacher, der Vorsitzende der SPD. Wir haben Theodor Heuss, den Vorsitzenden der FDP und den ersten Bundespräsidenten Deutschlands. Dann haben wir Konrad Adenauer, den Vorsitzenden der CDU und den ersten Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Und dann haben wir rechts Josef Müller, den Vorsitzenden der CSU. Und bei der SED sind es dann Otto Grotewohl und Wilhelm Pieck, die die Vorsitzenden der Partei sind. So viel also mal zu den Bildern, zu den einzelnen Persönlichkeiten. Jetzt hatte ich auch noch erwähnt, wir schauen uns zumindest kurz an, also wir schauen uns an, wie die in Anführungszeichen Bundesländer entstanden sind. Damals gab es ja noch keine deutschen Staaten, deswegen entstanden Länder und keine Bundesländer. Aber aus heutiger Sicht sind es ja größtenteils Bundesländer oder die Bundesländer, die es heute gibt, die dort entstehen. Auch hier ist die sowjetische Besatzungszone wieder die schnellste Zone, denn am 9. Juli 1945 gibt es einen Befehl der sowjetischen Militäradministration für Deutschland. Und da ist es dann so, dass drei Länder und zwei preußische Provinzen entstehen sollten. Und diese zwei preußischen Provinzen wurden dann durch den Kontrollrats, beziehungsweise durch das Kontrollratsgesetz Nummer 46 in zwei Länder aufgeteilt, und zwar in Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Wichtig war es nämlich den Alliierten, dass Preußen so auch als Name und Staat nicht mehr agieren sollte und vorhanden sein sollte, denn von Preußen ging ja aus deren Sicht auch große Gefahr aus, was die beiden Weltkriege betraf. Letztendlich entstanden in der sowjetischen Besatzungszone die Länder Brandenburg, Mecklenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Und in den Westzonen ist es so, dass als erstes Hessen und Württemberg-Bayern in der amerikanischen Zone gegründet werden, bereits im September 1945. Danach folgt die Gründung von Südbaden am 1. Dezember 1945. Südbaden ist also das Gebiet um Freiburg herum, im Südwesten des heutigen Baden-Württembergs. Am 23. August 1946 gibt es dann die ersten Länder, die in der britischen Zone entstehen, nämlich Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und das Land Hannover. Dann ist es wieder in der französischen Zone so, dass ein weiteres Land entsteht, nämlich das Rheinland am 30. August 1946. Und mit Rheinland ist das heutige Rheinland-Pfalz gemeint. Am 8. November 1946 ist es dann aufgrund der Verordnung Nr. 55 so, dass Niedersachsen entsteht und dadurch wird das am 23. August 1946 gegründete Land Hannover aufgelöst. Das geht dann vollkommen in Niedersachsen auf. Und zu guter Letzt werden noch Bayern in der amerikanischen Zone und Württemberg-Hohenzollern am 18. Juli 1947 in der französischen Zone gegründet. Und im Grunde sind damit also die Bundesländer, wie sie heute existieren, damit vorgezeichnet. Später dann ist es so, dass Württemberg-Bayern aus der amerikanischen Zone und Südbaden und Württemberg-Hohenzollern zusammengefasst werden in Baden-Württemberg. So, soviel mal zu der Entstehung der Länder. Damit sind wir jetzt am Ende dieses Videos angelangt. Und hier seht ihr auch nochmal den Überblick über die Videoreihe. Die Links zu den einzelnen Teilen findet ihr unten in der Videobeschreibung und das soll es zu diesem Video gewesen sein.